So Leute, ich habe das Auto heute dreimal gewaxt. Ohne Scheiß. Erstmal bei der Waschanlage. Da gibt es eine Wachsfunktion. Danach habe ich diesen Rex Tower Wachs langzeitigen Schutz genutzt. Danach habe ich Total Wachs original genutzt. Je dicker desto besser. Gesamtgesprochen gibt es Glasversiegelung, was am teuersten ist. Danach gibt es diesen Dauer Wachs, diesen flüssigen Wachs hier. Und was ich euch empfehlen kann ist die Paste. Weil man mit der das beste Ergebnis kriegt. So was erfahren. Diese weißen Flecken. Also mit Wasser wird das alles sehr einfach vereinigt. Und sie brauchen... Also ihr braucht sich dafür nicht zu sorgen. Mit Wasser wird es weg. Naja. Man kann sogar fühlen, dass das Auto gewaxt war. Nicht schlecht. Naja. So sieht die Kiste aus. Gefachst. Jetzt kann ich das Wachser testen. Hier auch. Ja. Schaut gewachst zu sein. Nix besonderes. Nix besonderes. Ups. Bulgarien. Easy. Ein kleines Schlagloch. Ab und zu hier und da kann man das sehen. Auf jeden Fall.